Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr für euer Online-Business eine profitable Nische findet. Zuerst möchten wir der Frage nachgehen, was überhaupt eine Nische ist. Eine Nische ist ein kleiner Teilbereich aus einem Gesamtmarkt, dessen Angebot von den aktuellen Wettbewerbern noch nicht oder nur unzureichend bereitgestellt wurde. Das bedeutet, dass ihr in einem kleinen Markt tätig sein werdet, welcher nicht ein großes Wettbewerbsangebot aufweist. Beispiele für solche Nischen sind GPS-Tracker für Tiere. Der Gesamtmarkt hier wäre Tierzubehör oder Tieraccessoires. Eine weitere Nische wäre ergonomische Produkte für Gamer. Dann eine dritte Beispielsnische wäre Dekoration fürs Homeoffice. Der größere Gesamtmarkt von dieser Nische wäre Dekoration allgemein. Kommen wir nun zu den 5 Schritten, wie ihr eine profitable Nische findet. Der erste Schritt ist, dass ihr eure Interessen und eure Passion identifiziert. Dies erreicht ihr, indem ihr euch die folgenden Fragen stellt. Wie spendet ihr gerne eure Freizeit? Auf was freut ihr euch jeweils am meisten am Wochenende? Welche Magazine abonniert ihr? Und welchen Clubs oder Vereinen gehört ihr an? Es ist wichtig, dass ihr eine Nische findet, in der ihr auch ein großes Interesse aufzeigt, damit ihr nicht die nötige Motivation verliert, um euer Online-Business aufzubauen. Der zweite Schritt ist die Identifizierung von möglichen Problemen, die ihr lösen könnt. Dies erreicht ihr am einfachsten, indem ihr auf Facebook, Twitter oder Reddit nach Unterhaltungen sucht, welche eure möglichen Probleme thematisieren. So könnt ihr relativ einfach herausfinden, mit was für Problemen eure potenziellen Kunden zu kämpfen haben und wie ihr dieses lösen könnt. Der dritte Schritt ist, dass ihr die Konkurrenz untersucht und schaut, ob es überhaupt einen Markt für eure Nische gibt. Dies könnt ihr am einfachsten erreichen, indem ihr bei Google eure Suchbegriffe für eure Nische eingibt und schaut, was für Resultate erscheinen. Wenn wenige oder gar keine Resultate erscheinen, dann bedeutet das, dass ihr eine Nische gewählt habt, die gar keinen Markt aufweist. Wenn hingegen zu viele Resultate erscheinen, bedeutet das, dass der Markt übersättigt ist für diese Nische. Der vierte Schritt ist die Bestimmung der potenziellen Profitabilität eurer Nische. Am einfachsten nutzt ihr hierfür Google AdWords, indem ihr mit Google AdWords schaut, was für ein Volumen euer Suchbegriff aufweist. Ihr könnt auch Google Trends nutzen, um das potenzielle Potenzial eurer Nische zu identifizieren. Der letzte Schritt ist dann das Testen deiner Nische. Das erreicht ihr, indem ihr euer soziales Umfeld befrägt und fragt, würdet ihr dieses Produkt oder diesen Service von mir beziehen. So könnt ihr auf schnellste Art eure Nische testen. Nachdem wir nun die fünf Schritte identifiziert haben und du nun auch weisst, wie du zu deiner Nische kommst, bleibt dir nur noch eins übrig, nämlich zu starten. Es bringt nichts, wenn du die theoretische Grundlage hast, um eine Nische zu finden, wenn du nicht startest. Also empfehle ich dir, dass du dich an deinen Computer setzt und anfängst, deine Nische zu starten und danach direkt dein Online-Business aufbaust. Wir wären auch schon am Ende dieses YouTube-Videos. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat dieses YouTube-Video gefallen. Falls es euch gefallen hat und ihr möchtet mehr solche Videos sehen, dann abonniert meinen YouTube-Channel und aktiviert die Benachrichtigungen. Ich würde mich freuen und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute.